Jetzt mach schon mit! Wow! Hey, Leute, das ist nicht, wonach es aussieht. Nein, es sieht nämlich nach einer Sexpuppe aus, die du so anziehst, dass sie wie Amy aussieht. Ja. Oh, cool, noch mehr Leute. Oh mein Gott! Soll das etwa Amy sein? Nein! Ja, ja, ich wollte Amy etwas heimzahlen. Hast du etwa von jedem eine? Nein, ich bin in der Mittagspause in einen Haufen Läden gegangen und dann habe ich die zufällig im Schaufenster eines Sexshops gesehen. Und hier, sie sieht genau wie Amy aus. Ja, ganz genau. Jonah, kannst du sie bitte bedecken? Das ist vollkommen unangebracht. Problem gelöst! Willst du mich verarschen? Das ist wirklich nichts Sexuelles. Amy, du hast einen super Hintern.